Jola-Freunde! Auch wenn wir nicht Sonne und Mond spielen. Oder Ultra-Sonne und Mond. Je nachdem wann es rauskommt. Und herzlich willkommen zu einem Wettepart von Let's Play Pokémon X. Die mit mir Glut und... Bugsfunny! LP! Ohne LP! Ich weiß nicht, manche Leute haben es halt mit den Namen in A. Legendäre Pokémon, Herausforderung 1. Obst du gegen diese... Ich will nicht sagen, das ist ein Browder, oder? Äh... Rutschelt und... Schut-schelt! Freizeichen! Das ist ein Kon-Explosieren! Und Edel-Mobi! Gato! Freizeichen! Warum lasse ich das Teil in die Luft? Klo-Ruf... 105... Ne, da ist... Beide! Wir müssen da schon aufbauen! Machen! Schutze von Indias und... Gashorn Braudern! Das kann natürlich auch sein! Das kann natürlich auch sein! Das müssen wir auch erst mal treffen! Uff... Mit Kopfschmerzen! Müsst bedenken, wir nehmen diese Parts hintereinander auf! Äh... An welchem Saal! Immer Pätze! Nein! Da du grad Probleme mit den Dingen hast... Beziehungsweise jetzt... Jetzt hast du's okay! Nein! Klar! Weil der fahrt ja schon letzte Woche irgendwann mal... Oder vielleicht sogar für... Je nachdem... Der Acker-Empfang der Neckert! So nein! Glaube ich auch nicht! Nicht bei dem Projekt! Vielleicht bei dem anderen! Bei dem, was danach kommt vielleicht! Ist kein Zuwester! Nee! Nee! Das kommt auch nicht! Äh... Also dem Together! Was wir jetzt zusammen auch nehmen! Nee! Nein! Ja wenn wir nehmen nicht Dings... Ne! Wir gucken ja! In der Pflege! Ja, nehmen wir erst mal das hier auch! Ja, erst mal das zu Ende auch! Danke schön! Ja, braust du! Die Ferti Eier weglassen! Wir können auf den Sonatstadt verzichten! Du richtig! Wir haben Schutzhütter eingesetzt! Scheiße, auf das falsche Pumpe sitzen wir liegen rein. Da hab ich deine Zielkraft auf... Wie hast du denn? Mach was! Also wir machen das Gleiche jetzt, hoffentlich. Vielleicht mit Ninjas, dass... Wenn du das an der Käfer-Attackung versuchst, und immer noch das Pumpe 1. Ja. Ja, wir sind schneller. Ja, wir sind schneller. Pumpe... Wow. Ich sage schon doch nicht schneller sind. Ja, Pumpe schlafen. Das ist ja nur verdoppelt. Ja. Ja. Tschüss Dengu. Du darfst dich nicht in die Luft bringen. Ja. Du darfst die Kämpfer nicht so schnell gewinnen jetzt. Was machen wir denn dann? Du weißt doch, der zweite Level macht schief. Ja. Ich würde sogar einfach mit Ninjas Delegator einsetzen. Genau, das wollte ich auch machen, ehrlich zu sein. Schnappstrahl. Delegator. Ich würde aber nicht auf die Pläne. Ich glaube, dass ich es euch schlafen kann, ich zuh... Oh, die ganze Zeit. Die sind nicht auf die Pläne. Ich würde nicht auf die Pläne. Das geht auch nicht auf die Pläne. Und das geht auch nicht auf die Pläne. Das geht auch nicht auf die Pläne. Das geht auch nicht auf die Pläne. Was haben wir hier wegen der Sprache gesagt? Los Delegator, jetzt Silber hoch 1. Du musst auf alles. Ja, Ficker, ey. Nein, wir wollen den Kampf ja nicht mehr die Länge beziehen. Ja, ich sag doch, fast Hunger ist denn Brawdown. Eigentlich ja nicht schlafen, oder? Ein richtiger Brawdown-Kontakt. Na gut, ihr seid neuestem ja nicht mehr wegen den Deinen, den man immer auf Brawdown spielt. Naja, wir reden vom Braw, normalen Braw, oder? Ja, das wird nur niemand mehr geschlafen. Du kannst das Ding so oft einsetzen, wie du hörst. Das beeinflusst die mega-wirkungliche Z-Kristall nicht. Aber da kannst du keinen Brawdown haben. TM11? Was ist TM11? Ja sogar! Nein, Scherz. Sonntag. Geil! Dann können wir das Wetter doch noch ändern! Komm mal, ey. War schon lange nicht so. Gott muss Björk werden. Ja. The Lord! Er ist auch strong. Äh... Was können die anderen beiden? Das wird schon gut drin. Döner ist wirklich gut. Nein, der könnte schon wirklich gut wieder werden. Da ist das noch ein paar Eiche. Kann das... Er hat einen Fußstärke geklickt. So weit ab's aber. Da kam so ein Kampf auf. Hat mir auch wieder Kopfschmerzen und ruhig. Das war auch anstrengend. Das war auch anstrengend. Wir haben durch Plitz gewonnen am Ende. Ach, die haben nicht gewettert. Wir haben aber auch durch Plitz verloren. Wer weiß, wenn die Zeit haben, kommt durch seine Augen an. So was sagt man. So was sagt man. So was sagt man halt nicht. Lass das jetzt so um die 15 Minuten lang sein. Dann kann ich das noch als Part zählen. Wir sind ja jetzt bei 6. Also können wir das durch 8 Minuten Zeit. Kannst ja auch noch 20 nehmen. Super, ich hab mir doch gerade die Haare gewaschen. So, Amnese. Wird schön. Wird schön. Ehe, vollendsauber. Geil. Der Donner bringt dir einfach gar nichts. Ja. Nee. Komm mal ein Hopp-Horfen. Wird schön, ich ziehe im Deutsch. Komm mal an. Afskirot-Horfen. Wer ist noch auf? Ich hab noch nicht viel Spitz da verteid, was ich brauche. Irgendwie feier auf Mauerlos. Ah, die Kampfe schon vorbei. Hey, wobei im Vorhandel gefunden hat. Durchschnitt mit dem Roller und dann Donner auf Kyokos. Ja. Ich hab gehört, Kyokos soll eher stark sein. Was ist denn das gehört? Internet. Machen wir alle Fett noch? Doch, stimmt. Aber mies. Machen das jetzt noch die Profis. Er hat beim letzten Mal auch nicht geholfen, wo wir Hilfe gesetzt haben. Obwohl... Bis 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 bis. Das war eine Zulatze. Aber wie ist denn die Registration? Und dann Tötest. Was? Ähm. Wir mussten uns immer noch nicht weg. Ah. Das ist auch noch Puscher, genau. Vergastet. Das ist ein Mixi-Fack. 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 Das Richtige der Rechnen könnte auch sein. Das ist eine Mixi-Fack. Ich kann auch noch mal ein Mixi-Fack. Also ein Mixi-Fack. So habe ich es aber auch gedacht. Ich fahre mit der Hasse auf dem Horde gehen. Wir raksen uns jetzt ab wieder. Wir gehen wieder auf Shirtshit mit Moralot. Ich habe mir das gerade auf dem Moralot einsetzt. Das ist wahrscheinlich eine Wunde. Wir können immer den Konfushtraub auf Se fleißen. Oder den Dollar auf Fjord. Was jetzt Konfushtraub auf Fjord nochmal gemacht? Nein. Kommt. Feuer O. Okay, schützt sich selbst. Bist verwirrt. Klapp sich an selbst. Du bist schlimm als ein Sprawlion. Das krieg ich hier so gut. Nein, jetzt würde ich gerne. Okay. Ein Atkinschiff. Okay. Geh mir jetzt das Tjork raus. Ey, irgendwie... Das ist viel... ...beschüttt leichter... ...als... Oh, er geht doch... Ähm... Überrasch... Ähm... Der... Überrascht mich gerade voll... ...dass hier die KI voll sind will, ey. Warte. 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 Jetzt... Warte. Ich instal! Nein. Schnell haste ich nach dem Tjikanfang... Einige auf Mokolade. Einfach weil wenn du es kannst. Ja! Du. Wirst. Mordor. Nicht. Darum bekommst du. Nein, wo uns eigentlich weniger Dallschüsse haben, bis sie einsetzen. Grafdor, Mordor. Die sind fast nicht damage. Grafdor jetzt an. Nein! Mordor nicht voll an! Wird eh nicht voll sein, weil sie ist eigentlich egal. Vor und an sein. Ja, aber auf maximalen... maximalen Spezialverteidigung. Wer seid ihr alle? Was mache ich hier? Warum brauche ich Spezialverteidigung zu? Oh. Kaskade und... Genau. Auf Mordor. Ja, so. Auf Mordor. Er kommt dann schon von eher. Dann wird's noch ein. Schönecke? 13. Kann ich durchgehen lassen. Ich hab einen schwarzen Balken hinten dran. Bei so 20 Minuten Fall. Einmal nur schwarz entlang. Oder du lädst aber 2% den Funtaco. Nee. Das war mir klar. So, dann verschwinden. Vielleicht kommt der noch mal. Und wer macht's denn? Sonderpreis, ich hab alle Kampf-CDs geschafft. Ho-Pombs, die ich nicht brauche. So was wär' geil, weil du hier schön Items sparen kannst. Und unser Team ist online getastet. Jetzt gehen wir schocken. Geh mal schocken, ey. So. Ich weiß grad gar nicht, wo kann man denn noch Sachen kaufen mit Profons? Wer will was lernen? Nein. 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 Was willst du denn bald? Wir könnten uns einen Eisstamm machen, aber wir brauchen den Blizzardum. Nee. Kannst du mal gucken, ob ich irgendwas physisches bin für... für Dennis. Wo gibt's den Giga-Sauber? Ich brauche den Giga-Sauber. Ich brauche den Giga-Sauber. Ich weiß grad gar nicht. Hier gab's aber einen Shop-Produko-Pombs aufkaufen oder nicht. Wir müssen mal hier nach. Bisschen den Pfad nur übel strecken. Guck mal, ob wir was am Team ändern könnten. Wie gesagt, alle raus schmecken. Was ist denn? Was ist denn? Das ist Geld. Was ist denn Geld? Ja, hab ich. Oh, kommt doch selber. Das ist eh. Können wir nachschauen, welche Kraft es der wird hier? Nein. Verschreiten. Ja, wie ich chillt. Gut chillt. Ja. Ja. Einkauf, Ben. Ja, bin in die andere Richtung. War in die falsche Richtung. Tut mir leid. Ja, das ist gut. Oh. Ich hab's doch irgendwo. Wenn ich hab's noch zählen. Nein. Wird's klug. Wie viele Fokusbänder können wir kaufen? Ein paar. Ich würde uns nur noch zwei Mal Überreste kaufen, wenn's sein muss. Die Überreste? Dann hätte ich das schon gemacht. Was sind? Was sind? Was sind? Was sind? Da wir geizig sind. Ah, so ein bisschen. Kann nur ein bisschen. Können ja zumindest gucken, was wir mit diesem viel Geld eigentlich hätten machen können. Saika-Bären kaufen bis zum Ge... Ja. Okay. Hm. Mentalbrauch. Schuhe drauf. Denklauch. Du hast Schuhe. Dann. Teilbahn. Dann. Bären. Oh, die Bären kosten einfach... Rauschen. Halt die Kumpen. Bebe Spezialgericht. Wo ist die Anlaufsbebebe? Ich find das intolerant. Denklauch. Bin Drecklich. Ja, Alter. War's das eigentlich von meiner Seite? Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschau.